Hallo Leute, ich bin's der Herrmann. Ich wollte euch heute eine Maske vorstellen, und zwar die N30i. Darüber gibt es allerdings schon einige Videos, die aber leider alle in Englisch sind. Und es gibt in Deutschland immer noch Menschen, die leider kein Englisch verstehen. Diese Maske kommt in dieser Plastiktüte. Und zwar habe ich hier die Maske in der Größe Standard. Es gibt diese Maske auch noch in Größe Small. Da ist die Tüte dann rot. In der Tüte sind drin zwei Maskenkissen S und M. Dann hatte ich die schon mal ausgepackt und sehe dann hier diese hässliche Plastikschale, wo dann dort das Maskenkissen S und da M drin ist. Und hier ringsherum wird dann die Maske aufgefädelt. Dann ist in dieser Verpackung auch noch enthalten eine wunderschöne Bedienungsanleitung und Anleitung für diese Maske. Ich weiß nicht als Maskenträger, ob man diese dann auch braucht. Ich glaube, jeder Maskenträger weiß, wie er mit seiner Maske umzugehen hat. Und das Schöne, was ich an dieser Verpackung gefunden habe, ist diese Schablone. Und zwar kann man damit die Maskenkissengröße ermitteln. Einfach unter die Nase halten. Hier sieht man ganz schön, glaube ich, die Größe M müsste ich haben. Habe ich auch. Es gibt dann auch noch die Größe WS und W. Die gibt es aber nur in einem Extrapaket. So, nun kommen wir zu dem Schmuckstück. Und das ist die Maske an für sich. Das ist sie. Die schöne N30i. Finde ich sehr schön gelungen. Ist schön gemacht. Ist sehr flexibel, sehr stabil. Man kann hier auch ziehen. Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Die Maske besteht aus Grund, aus vier Teilen. Ich sage auch nur vier. Ich zeige euch gleich und erzähle euch gleich, warum nur vier. Das ist einmal oben der Schlauchanschluss. Da sind hier oben zwei Clips drauf. Die drückt man rein, zieht den Anschluss ab. Dann hat man den Rahmen in der Hand. Dann das Kopfband. Was sehr schön ist. Dann das Maskenkissen. Das ist dieses. Das mache ich mal ab. Ganz einfach. Einfach ziehen. Fertig ist das Ding ab. Und den Maskenrahmen. Das ist dieser hier. Der auch sehr schön ist. Und wie gesagt, da oben auch flexibel. Deshalb passt die Standardgröße eigentlich auf fast jeden Männerkopf. Dann sind hier an der Seite noch Wangenpolster dran gemacht. Die man zum Waschen nicht abmachen sollte. Weil ich habe es gemacht und ich habe sage und schreibe eine Stunde gebraucht, die wieder da drauf zu bekommen. Also das lasst lieber sein. Wascht die Dinger so. Trocknet das zusammen. Ja, das ist besser. So, dann kommen wir zum Zusammenbau wieder. Relativ einfach. Da hat sich Resmet auch was einfallen lassen. Hier haben wir ein Pfeil drauf auf dem Maskenrahmen und auch ein Pfeil auf das Maskenkissen. Diese beiden müssen wieder zusammengeführt werden. Nein, weil ich glaube andersrum geht das glaube ich auch gar nicht. Ne, kriegt man sie auch nicht rein. Seht ihr? Das geht nicht. Die passt gar nicht da rein. So, dann einfach da wo die Pfeile sind, das Ganze wieder zusammenschieben. Bis es klickt. Ist drin. Die Seite auch. Genau das gleiche. Kann man gar nicht verwechseln, weil hier steht Resmet drauf und da steht die Größe drauf mit dem entsprechenden Pfeil. Dann macht man noch den ganzen Schlauchanschluss wieder drauf. Klick. Und schon ist die Maske wieder zusammengebaut. So, jetzt setze ich die nochmal auf. Dazu muss ich mal meine Brille absetzen. Ach, mal beiseite legen. Ich mache das immer so. Nimm das Masken, das Kopfband, ziehe mir das über den Kopf, dass die Maske so ein bisschen auf der Nase liegt. Dann hat man den Anschluss. Dann ziehe ich das Nasenkissen runter. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieses Nasenkissen positioniert sich wirklich fast von ganz alleine. Dann noch den Schlauchanschluss drauf. Wo habe ich ihn? Mach ich mal noch einmal nochmal ab. Hier einfach rein, oben, Hörbe einrasten, zack, drauf, Maschine an. Und man kann wunderbar atmen, hinlegen, kann sich bewegen mit dem Kopf hoch und da alles. Es funktioniert wirklich wunderbar. So, jetzt noch das Absetzen. Oben Schlauchanschluss. Wenn man Autostart hat, pustet das Ding noch ein bisschen, dann geht das Ding aus. Ich nehme dann immer mit beiden Händen das Kissen, schiebe das über meine Nase und gehe dann anschließend mit dem ganzen Krempel nach vorne. So, jetzt muss ich mal noch eben meine Brille aufsetzen, sonst sehe ich euch gleich nicht. So, ja, das ist diese wunderschöne Maske N30i. Ich finde die sehr schön, die ist sehr gelungen und hoffe, dass sich auch Resmet hier mit dem Polster noch was einfallen lässt, weil das ist irgendwann mal unansehnlich. Achso, was ich noch vergessen habe, ist diese Löcher hier unten. Diese Löcher pusten nicht in den anderen, also in seinen Bettnachbarn, in das Gesicht, sondern die pusten wirklich nach unten weg und sind relativ sehr leise. Und die Maske ist auch wirklich sehr, sehr leicht. Ich kann diese Maske nur empfehlen. So, das war es zu dieser Maske. Das war mein erstes Video hier bei YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nein, Daumen runter. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich werde noch versuchen, ein Video mal zu machen über das Reinigen der Maske. Ja, das war es. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut. Tschüss. Ja. Ja.